Ich bin Eddie Brock. Ich bin Reporter. Ich scheine immer Dinge in Frage zu stellen, die die Regierung offenbar übersieht. Ich habe etwas richtig Schlimmes gefunden. Und ich wurde... Eddie. Wer war das? ...in Besitz genommen. Wenn Sie sich die Welt anschauen, was sehen Sie dann? Einem Planeten kurz vor dem Kollaps. Menschen sind entbehrlich. Aber Mensch und Symbion in Verbindung schafft eine neue Rasse, eine neue Spezies. Eine höhere Lebensform. Was willst du von mir? Was wirst du rausfinden? Das tut mir so leid. Wir können Menschen nicht einfach wie tun. Sieh mir in die Augen, Eddie. So wie ich das sehe. Können wir machen, Was immer wir wollen. Haben wir einen Deal? Augen, Lungen, Pankreas. So viel Snacks und so wenig Zeit. Diese Macht hat nicht nur Schlechtes. Du hast keine Ahnung, wie sehr du mir gerade Angst einjagst. Eddie, kooperiere. Dann wirst du vielleicht überleben. Jungs, ihr wollt das nicht. Vertraut mir. Große Fortschritte haben immer ihren Preis. Wir werden beide Arme und beide Beine von dir fressen und dann dein Gesicht direkt von deinem Kopf. Dann bist du ein armloses, beinundkissigloses Ding, das die Straße herunterrollt, wie ein Kackhaufen im Wind. Was zur Helle bist du? Wir sind Wangen. Oh, ich, ich hab'n Parasiten. Äh, Nacht, Mrs. Chen.